Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich bin heute wieder am Joggen. Wo ich das tue und warum ich das tue, ist eigentlich klar. Aber wie lange ich das tue, das ist die alles entscheidende Frage und die löse ich nach dem Intro auf. Heute ein Sportvlog wieder aus dem Wald. Ich bin im Taunus unterwegs. Und was man im Wald so macht, ist Jogging, Jogging, Jogging. Natürlich. Ich habe vor, heute meine 10, 11 Kilometer zu laufen. Wenn ich das geschafft habe, habe ich ein geiles Pensum hingekriegt für den heutigen Tag. Da kann ich mich wieder auf die Couch fletzen. Nee, ich muss heute noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen muss ich noch arbeiten heute. Aber ist egal. Das macht nichts. Da kann ich das auch mit gutem Gewissen machen. Also ich melde mich gleich, wenn ich weiter bin. Ich bin jetzt bei 5 Kilometern. Gute Beine. Läuft alles super. Ich habe Bock. Und vor allem ist es so, dass es wieder mal nötig war, ein bisschen weiter zu laufen als 10 Kilometer. Das kommt heute. Heute mache ich mindestens meine 11. Mindestens bedeutet wahrscheinlich mehr. Ich fühle mich nämlich super. Und wenn man sich super fühlt, sollte man das ausnutzen. Also ich melde mich gleich. Fünf habe ich jetzt. Fünf. Aber zwei wahrscheinlich. Egal. Ich bin jetzt bei 8 Kilometern angekommen. Ich will noch vier machen. Vier. Noch vier. Bedeutet zwölf. Ja. Ich habe mein Ziel ein bisschen nach oben geschaut heute. Zwölf Kilometer sind cool für heute. Ein bisschen mehr als sonst. Und dann habe ich meinen Soll erfüllt. Dann bin ich froh. Wo es gerade anstrengend ist. Ich bin jetzt bei 10 Kilometern. Noch zwei. Zwei Kilometer. Die schaffe ich. Dann habe ich meine 12 für heute geschafft. Sau stark. Aber dann reicht es auch. Ich merke die 10 schon in den Beinen. Am letzten zwei kriege ich hin. Alles gut. Ich melde mich gleich. Vom Auto aus. So. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es hinter mir. Zwölf Kilometer bin ich gelaufen. Bin jetzt am Auto. Gutes Pensum heute. Gutes Pensum. Reicht aber. Ich sage Cheerio mit Sophie. Ich kann gerade nicht so richtig reden. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.